Es reicht, wir sind keine Salafisten, wir sind Muslime und das ist das Wichtigste, das Wort Salafisten gibt es nicht, erklärt mir das Wort Salafist, könnt ihr nicht, guckt im Koran und schlagt den auf und nehmt die 114 Suren auseinander, sprich 6632 Ayat und guckt ob uns Allah einmal sagt Salafisten, sagt nicht ein einziges Mal, ich könnte heulen und zwar innerlich vor Wut, weil das geht uns auf den Keks, ihr sagt Salafisten, wo Salafisten, wir sind Muslime, Allah hat niemals gesagt Salafisten, Das Wort Salaf bedeutet eine Vorfahrt, Nachfahre, die damaligen Menschen, das sieht man Salaf, Salaf Sali sind Rechenschaffende Menschen, das heißt Salafisten gibt es nicht und jeder einzelne von den Muslimen und von den Medien, egal wer auch immer, sehe ich noch einmal das Wort Salafisten, irgendwo Allah, ich mach einen District gegen euch, ohne Beat, sondern richtig mit Rap und richtig gesprochen, weil ich war damals ein Rapper, der überdenkt, das bitte meine Vorzeiten, ich zeig euch was geht, wir steht noch einmal Salafisten, dann geht's, game over. Wallahi, das ist eine Ermahnung, ganz ehrlich, weil ich mach das nicht, naja, ich komm, Wallahi, das ist eine Ermahnung, sehe ich, das war eine Ermahnung, ich mach das nicht.